Hey ho und weint's kaum was geht liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass einerseits mir momentan ein paar Probleme mit dem Webcam-Modul was ich besitze. Webcam Deutsch Sprache. Ok nochmal auf Deutsch. Also ich habe momentan ein paar Probleme mit dem Webcam-Modul, was ich habe. Das meint, also normalerweise benutze ich MyCam, das meint mal momentan so, ja nein ich löschte dir mal die Aufnahme, dann löschte ich dir mal die Aufnahme und dann, ach die habe ich auch noch nicht kaputt gemacht. Ja deswegen kommen jetzt leider, ich glaube ich mache drei Folgen draus, drei Folgen To Forest ohne Webcam, das wird Folge 36, 37, 38 glaube ich werden. Also bitte darauf achten, nicht dann fragen, wo ist die Webcam? Wird wahrscheinlich eh keiner fragen, aber egal. Zudem habe ich gerade Torchlight aufgenommen und da habe ich ein neues Webcam-Modul probiert, was dann dachte, nein du, ich mache dir die Aufnahme plus die Aufnahme von Torchlight kaputt. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie man vielleicht so befordert mit dem neuen Modul, dass es mir die Torchlight-Aufnahme gleich mit zerstört hat. Auch da sind 35 Minuten glaube ich waren das nur, da habe ich gemerkt, dass was nicht stimmt kaputt. Das Problem ist, ich brauche die Folge heute noch. Ich werde mal gucken, dass ich das jetzt heute noch hinbekomme. Ansonsten gibt es heute eventuell keinen Torchlight und morgen dann wieder. Ich bin überfordert mit der aktuellen Lage. Ich werde jetzt erstmal wieder das alte Webcam-Modul nehmen, MyCam und hoffen, dass mir das eventuell jetzt nicht wieder ein paar Aufnahmen kaputt macht. Ich habe da ein bisschen rumprobiert und so und hoffe, dass es jetzt geht. Ansonsten ich halte die Farbe, ihr kennt den Spiegel mittlerweile. Also wer hier auf meinem Zeitkabel guckt, der kennt den Spiegel, indem ich mich selbst filme und dabei achten kann, dass ich die im Hintergrund sieht man meinen PC. Alles klar, bis zum nächsten Mal wieder und ich hoffe, es gefällt euch. Ciao!